Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht. Konnten sowohl jene 50 Asylwerber, die am 28. Mai eine Teilnahmebescheinigung überreicht bekamen, als auch alle anderen Teilnehmer am Projekt HAME 2F, welches in Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft AGRAD organisiert wurde, in den Arbeitsmarkt integriert werden, wenn nein, aus welchen Gründen nicht, wenn ja, inwiefern war das Projekt HAME 2F für deren Integration auf dem Arbeitsmarkt ausschlaggebend? Vielen Dank, das Wort an die Landesrätin Degg, bitte. Jetzt gebe ich Ihnen einfach das wieder, was mir das Amt vorbereitet hat, weil ich selber mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden sein kann. Es ist so, dass mir das Amt derzeit sagt, dass über die Informationen wir derzeit nicht verfügen, die Sie anfragen. Und zwar wurde die Teilnahmebestätigung ausgehändigt, aber dann im Grunde auch nicht weiter monitoriert. Das heißt, derzeit kann ich Ihnen nicht die Daten liefern, wie der weitere berufliche und persönliche Verlauf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Integrationsprojektes war und ist. Ich denke, dass das nicht gerade ein gutes Beispiel ist, was wir alle nicht wollen, wie Integration zu funktionieren hat, aber auch nicht, wie öffentliche Mittel hergenommen werden für solche Projekte, die dann im Endeffekt eigentlich kein konkretes Ergebnis bringen, beziehungsweise man weiß es nicht, was aus diesen Leuten geboren ist. Ich denke, dass das schon zu verbessern ist oder eben zu unterlassen ist, weil das bringt so eigentlich im Endeffekt nichts.